Und das war meine Meisterzauberin. Ich habe die Beweise, die ich brauche, um die Zwerge zu belasten, und nun zur Goblin-Karawane, die durch diese Schlucht kommen wird. Wenn ich die Wände der Schluchtsprengung und ihre Hauptkarawane den Weg abschneide, werden die Goblins ewig brauchen, bis sie die Steine weggeräumt haben. Wo finde ich nur eine Sprengladung? Vielleicht weiß jemand in der Schenke mehr. Dann bewegen wir euch mal hier nach drüben. Menschenschenke. Ja, das bringt uns nicht viel. Unsere Krieger können mit ordentlichen Zwergen, aber wenn Dwarven sind, wurden wir von ihren Graben verletzt, dann werden wir uns verletzt. Aber wir müssen fliehen und suchen für ein saferer Ort zu leben. Du sagst nicht. Ist es noch etwas anderes, du kannst mir sagen? Es ist ziemlich interessant. Ich habe gehört, dass ein Imperierer-Typ aus den Goblins verloren hat. Es explodiert wie ein hundert Fireballs. They're taking the barrel to their capital before the goblins find out it's gone. I wish I could talk to you some more but I must go. Farewell. Okay. Ja, aus der imperialen Burg muss ich jetzt das Fass verholen. Da wäre es schick gewesen, wenn meine Magierin noch leben würde. As you please. It's important, Doc, to make a sound. Yes! It's important, Doc, to make a sound. So, erst mal die goblins hier. We can do it, together! At your service. Yes? Eyes right! I know this place. Your order is clear. It's important not to make a sound. No one can compare with us. So, ich habe keine Ahnung, wer da was in der Menschenburg lebt. Das Menschenlager ist ja immer noch eine Ruine. Die Menschenfeste sieht noch gut aus. Da sind fünf Truppen, all mit denen sollten wir fertig werden. It's important not to make a sound. Die Menschen-Schenke ist uns ja neutral. Und ist eh nicht stark befestigt. Also, wenn wir sie vernichten wollen würden, könnten wir das mit unseren Armeen ganz gut tun. Die Menschenfeste ist ja neutral. Es ist wichtig, Doc, to make a sound. As you please. Es ist wichtig, Doc, to make a sound. Es ist wichtig, Doc, to make a sound. Your order is clear. We can do it! Together! Fall in! At your service. We are the true masters. We are the true masters. We are the true masters. Looks like the calm days are over. They won't get away. Yes, my lord. Looks like the calm days are over. We'll do our best. Yes, my lord. We'll blow up the canyon. We'll make it look like the walls of the canyon collapsed as a result of a battle between Golems and Caravan guards. I'll throw in three pinions to make it look convincing. Wir lassen das so aussehen, als wären die Wände der Schlucht aufgrund eines Kampfes zwischen den Golems und den Caravanwächtern eingeschützt. Ich werde diese drei Antriebe hineinwerfen, damit es echt aussieht. Your order is clear. Mhm. Your order is clear. Also ja, unsere Elfen nehmen langsam immer mehr ab. Unsere Untoten nehmen dafür immer mehr zu. Wie sieht's hier hinten aus? Du kriegst auch immer noch Forstens zu geben. Der Friedhof produziert auch immer noch schön Untote. Die Friedhof produziert auch immer noch Schöne Untote. Die Friedhof produziert auch wieder Ververtrumpen. Ja, Zwergentrub mit Golems. Die können wir allerdings alle ignorieren, zum Glück. Untertitelung des Zwerger sind. Blockiert den Einschrank zur Schlucht. Die Nahrungskarawanden der Goblins führen durch diese Schlucht. Sie werden wütend sein, wenn sie blockiert ist. Ich muss sagen, dieses Mal komme ich mit den Elfen viel besser voran als das letzte Mal, als ich diese Map gespielt habe. Da sind meine Elfen so ziemlich am Anfang alle krepriert. Und ich habe eigentlich alles nur noch mit Untoten gemacht. Das mache ich hier fast alles mit meinen Elfen. Menschenfeste möchte Frieden. Nein, danke. Es ist wichtig, nicht einen Geräusch zu machen. Es ist wichtig, nicht einen Geräusch zu machen. Ich weiß dieses Ort. Ich spreche mit dem Goblin-Elder. Ich denke, er wird nicht so glücklich sein, dass er über den accidenten wird. Es ist wichtig, nicht zu machen. Was ist das, was das? Es ist wie ein Erdquake in der Canyon. Ich hoffe, unsere Food-Caravans sind nicht verletzt. Ich glaube, es wäre ein Erdquake. Es ist ein Veränder. Es ist ein Erdquake. Wir sind nur in der Canyon, das ist blockiert mit große Rüften. Oh, nein. Es ist die einzige Route aus den Lowlands. Es sieht es, wie es eine große Explosion war. Es gibt die Peniere Legionen schon überall. Was? Damit hat sie wohl recht gerechnet. Ja. Ich werde die Quelle vergiften, ihre Federn bewässern. Ihr täglich Brot wird sie totkrank machen. Wenn alles wie geplant läuft, wird der Zaun der Goblins grenzenlos sein. Zwei Antriebe sollten Beweis genug sein, dass die Zwerge schuld daran sind. Ich brauche ein passendes Labor, um das Gift herzustellen. Ja, Necropolis. Gift herzustellen. Ich brauche die größte Zwerge, die du kennst, in sehr dankbarer Quantität. Ich will die Goblins schuldigen. Dein Wille ist mein Kommand, Herr Master. Ich regeneriere in der Nähe meines Turms. So, meine Untoten Armen sind auch langsam bei dir. Es ist wichtig nicht zu machen. So, das reicht jetzt langsam an Untoten. Lassen wir sie mal auch in die Richtung schlurfen. Und ja, die werde ich dann nachher auch zu Untoten machen. Dann kann ich auch die beiden Quests in der Necropolis abschließen. Hier braucht nichts Neues. Necropolis braucht auch nichts. Wobei ich die halt erst zu Untoten mache, sobald... Das Ding hier... Also sobald ich die Festung angreifen muss. Yes? Yeah. I's right! As you please. No one can compare with us. Yes, my lord. No one can compare with us. Looks like the calm days are over. Your wish is our command. Das ist bereit. Ich muss es in den Querk gießen, ohne dass die Kugeln das merken. Deine Ordnung ist klar. Ja, mein Herr. Deine Ordnung ist klar. Wie bitte. Hier war gerade ein Vogel der in der Luft hing. Der Blutpool da sieht auch sehr passend aus. Deine Ordnung ist klar. Also ja, hier ist auch noch immer die Phantomhöhle.